Jo, servus Leute. Heute mal im Test. Eine Neuheit von Leslie, die Oak. Die habe ich mir mal für ein paar Euro beim Büro.Tirol gekauft. Schauen ganz interessant aus. Das sind anscheinend einfach Crackling Bombs. Ich habe sie mir gekauft wegen dem Design, weil sie mich ehrlich gesagt ein bisschen angesprochen haben. Schaut ganz cool aus. Deswegen stellen wir noch mal da auf den guten Oak. Schauen was passiert. Die sind ja mal ganz cool. Ich verzünge alle drei. Da halte ich mir nichts ab. Jetzt sind wir mal zwei auf den Schlag. Wenn man ein Brenner mitspielt. Zum Glück habe ich noch einen eingesteckt. Da will ich jetzt nicht. Gehst du ja auch mal nicht. Ja, wie ist du Tepper? Ja, geh jetzt ab. Hättest du nicht einmal sechs am Abend. Einen hab ich noch. Viel Spaß. Du kriegst auch gar nicht ganz alle. Das ist nochmal echt gut. Also bis zum nächsten Mal und servus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.